Okay, sehr schön. Dann unsere Lights sammeln sich ganz schnell Täter ein, unsere schnellen Shadowhawks sammeln sich ganz schnell Epsilon ein und der Rest findet sich bei Täter ein. Wir gehen dann Richtung Sigma hinter den Berghang lang und flanken dann kurz vor Sigma rechts hoch. Das ist so die grobe Strategie. Mal gucken, ob die mitspielen. Okay, es kann ganz kurz einmal scouten gehen. Amstag 22.05. Kursieren, nirgends. Er verwirrt sich. Oh, ne. Die genudelige Nudel. Also, wie gesagt, unsere Lights, Täter, Shadowhawks, ganz schnell nach Kappa. Der Rest bewegt sich Richtung E6 erstmal. Ja, doch, E6 ist das, genau. Wenn unsere Lights Täter geholt haben, können sie... Die laufen dann sicher. Die Lights. Okay, sehr gut. Missile, du kannst mit Cap'n gehen. Missile, du bleibst bei der... G-Pace ist nur unser Scout. Bewegen sich Richtung E8 derzeit? Ja. Ich bin ja auch wie gerade verloren. Ah, jetzt. Die kommen alle bis zu E8. Ach, da kommt was. Jungs, eigentlich sollten unsere Shadowhawks nach Cap'n gehen. Wenn er sie jetzt abformt, die sind ziemlich lang gestreckt. Ja, wir sind alle acht gestreckt. Ganz kurz, ein bisschen Ruhe. Cap'n, mach mal eine Ansage, bitte. Ja, wir sammeln uns... Ja, die Cap'n durch Cap'n, wo er gerade draufsteht. Und wir sammeln uns bei E6. Wir bleiben bei dem Plan. Also, zwei Lights Richtung Sigma. Ja. Und unsere Lights, Hunter, kann sich unsere Lights schon mal einsammeln. Und dann auch nach Sigma vorstoßen. Aber wir gehen jetzt erstmal alle nach E6. Wir gehen hier gleich von E6 nach E5, drehen rechts rein nach H5 und gehen dann nach Epsilon geschlossen. Unser Light Hunter und unsere Lights können sich um Sigma kümmern. Sammelt euch, holt euch Sigma. Dr. Engel, warte auf deine Kollegen, warte vor allem auf unseren Light Hunter und dann clasht Sigma. Der Rest folgt mir. Sind wir alle beisammen? Nein, noch nicht. Verzögern mal, wir sind noch drei Meter. Ja, Remanus ist noch da. Atul, komm nach, Atul. Nicht, dass du wieder alleine stehst. Achtung, Lights. Jetzt sind ungefähr acht Stück, die hier. Okay, sehr gut. Ich komme jetzt von meiner rechten Seite. Wir nehmen Bertha. Jungs, trüttelt da nicht so hinten rum. Atul, go, 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 go. Jetzt drücken sie über den Berghang rüber, wo ihr unten steht. Okay, dann auf mal ab. Nach E5, nach H5. Nicht den Berghang hoch, H5 und dann drehen wir rein nach Epsilon. Genau, da rein, wo Piss steht. Und Attacke. Emil, Prime. Emil ist das Prime. Nach wie vor. Remanus, Warwriter ganz gut zögert. Und jetzt ein, oh, 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 Jungs. Nicht zögert, wenn ich jetzt zögert, ich bin nach H5. Ich darf zögern. Der Rest geht nach Emil. Oh, fuck. Hier stehen ja alle. Emil ist nach wie vor unser Prime. Hat sich sondiert. Ich mache das Mietschild. Ich bin down. Warm, du bist an. Rein in Nachhalt. Spreite eure Ständigkeiten aus. Frag. Is down. Jupiter. Jot. J haben wir, wir haben ein Prime sauber ist raus Gustav Gustav ist unbewaffnet Gustav laufen lassen wo viel neues Prime Konrad Shadowhawk Konrad oder das Katafrag der Frag sag mal den Buchstaben von dem Frag dran und haut es raus Jungs, Buchstaben von dem Frag und raushauen einmal bitte erlos Friedrich Hallo, ich höre immer noch keinen rein Friedrich Friedrich Sehr schön Weiter Friedrich Ich bin raus Friedrich steht immer noch Ist weg Nächstes Ziel Gustav Gustav unbewaffnet stehen lassen Ida Hintenauf Arthur, der ist für dich Bleib auf Ida, Arthur, nicht das Ziel wechseln Bleib auf Ida, der rechts ist der Highlander Hintenauf, wir schaffen Justgleich haben wir es Hintenauf Ida Ida ist hinten knallrot Wenn er ein Lighter oder Ida überstreichern könnte G-Pace geht bis dichter ran Sehr schön Konrad Triffst du besser Nicht zu dicht, einfach oben auf dem Hügel bleiben Nein, ich bin zufrieden Konrad, der Oller Highlander Absolut G-In Chainfire Ja Target Hitler gelegt Fast gelegt Hitler, rennt das Bein fast ab Hitler hinten auf Hitler gelegt Hinten das rechte Bein ab Rechts bleibt von Hitler Shadowhorn Hintenauf Blutweg Hintenauf Ludwig Linkes Bein auf von Ludwig Linkes Bein ab Rechtes Bein von Ludwig 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 ist der Hintenauf Da wollen wieder Kämpfe Rechtes Bein, linke Schulter Ja Jawoll Sauber Missile Super Super gespielt Ja, voll Ja, voll Und von Ludwig Die Seite weggeschossen Hehehe Und ohne Waffen dann Ja, das musst du einfach laufen lassen Dann stehen sie da armselig rum Ja, cool Schön gespielt, Jungs Der Käpt'n und ich haben richtig Schaden rausgehauen Ja, ich war sofort Prime Ja, direkt nach mir Ja 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 Ja